Wasser, Erde, Feuer, Luft. Vor langer Zeit lebten alle vier Drachen zusammen in Harmonie, doch dann... Moment, warte mal. Spaß beiseite, jetzt wird's ernst, denn wir schauen uns in diesem Video die Änderung an den Drachen an mit dem Mid-Season-Update. Und da tut sich extrem viel. Wie gerade schon erwähnt, sind es jetzt statt nur einer Drachenart vier Drachen, und zwar auf vier Elemente aufgeteilt. Wasser, Erde, Feuer und Luft. Jeder gibt unterschiedliche Buffs, sollte man ihn töten. Außerdem spawnen diese ziemlich random, also in keiner festen Reihenfolge. Sollte man den gleichen Drachen noch einmal erlegen, bekommt man eine verstärkte Version des bisherigen Buffs, und diese sind in drei Stufen aufgeteilt. Das heißt, man hat quasi bis zu drei Verstärkungen einer Elementart. Fangen wir also damit an, uns die verschiedenen Drachen anzuschauen, was sie so können und was sie für Buffs geben. Anfangen wollen wir dann mit dem Feuerdrachen, denn der ist quasi so wie der bisherige Drache, denn er kann auch mit seinen Flammen mehrere Ziele treffen. Sollte man den erlegen, bekommt man mehr AP und mehr AD, dadurch macht das den Feuerdrachen quasi zu den wichtigsten der vier Drachen und auch zu dem wichtigsten Buff. Schauen wir uns jetzt den Wasserdrachen an. Dieser kann nicht mehrere Ziele treffen, slowt aber dafür erheblich mit seinen Angriffen und solltet ihr einen erlegen, bekommt ihr erhöhte Mana-Regeneration. Der Erdrache wiederum hält definitiv am meisten von allen vierern aus, greift sehr langsam an, aber dafür mit Wumms. Er kann auch wieder mehrere Ziele treffen. Auch dieser ist sehr wichtig, denn er gibt True Damage gegen AP, Monster und gegen Türme. Kommen wir zu guter Letzt zu dem Luftdrachen, der greift ziemlich schnell an, aber auch nur ein einzelnes Ziel. Dadurch hat er aber auch den höchsten Single-Target-Damage von allen Drachen. Der Buff, den ihr durch das Erlegen des Erdrachens bekommt, erhöht euer Movement-Speed außerhalb des Kampfes. Wie bereits erwähnt, ist die Drachenreihenfall komplett zufällig. Allerdings bekommt ihr immer im Dragonpit angezeigt, welcher Drache als nächstes spawnt mit einem jeweiligen Elementsymbol. Bis Minute 35 zumindest ist das Ganze zufällig, denn ab da kommt nur noch der Elder Dragon. Der ist sowas wie der Avatar oder der Chef von dem Ganzen und der braucht sich vor dem Baron auch nicht zu verstecken, denn der teilt richtig ordentlich aus und kann auch einiges einstecken. Wenn ihr den killt, bekommt euer Team das Mark of the Elder Dragon. Dieser Buff gibt euch für zwei Minuten einen Dodge-Schaden und verstärkt nochmal zusätzlich die bisherigen Buffs um 50%. Im Gegenzug dazu respawnt der Elder Dragon aber nur alle 10 Minuten. Mit diesen Änderungen gewinnen die Drachen viel, viel mehr an Bedeutung und provozieren spannende Teamfights und abwechslungsreiche Spiele. Das war es auch schon wieder mit dem kleinen Update-Video zu den Dragons. Ich hoffe, dass das Ganze hat euch gefallen, falls es so ist, dürft ihr mir gerne einen Daumen oder ein Abo dalassen. Auf jeden Fall möchte ich euch auch unbedingt mit euch in den Kommentaren über die ganzen Änderungen diskutieren und schaut euch unbedingt auch die Videos zu den anderen Änderungen an. Da wird nochmal alles erklärt und kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich sage bis dahin.